Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Leute. Heute haben wir einen Special Guest dabei, den JonyHard DLP. Also, das wird heute ein Infovideo und wir werden heute einen Block noch rausbringen und wahrscheinlich noch einen letzten Play, oder? Ja. Die ganze Zeit noch nach der Zeit nachschauen, ob es noch klappt und dann ist Spaß. Ja, es wird nämlich schwer bei uns, weil wir nämlich beide Freitagsklassen sind, oder? Ja, das wird schwer mit dem Aufnehmen. Ich wollte ja auch auf meinen Kanal sagen, der wird dann auch dran. Es wird richtig schwer mit dem Aufnehmen, aber wenn wir gerade noch hier sind, auf jeden Fall klärt auf meinen Kanal ab. Ja, ich wollte es dann auch einblenden. Und ja. Oh, shit. Ähm, der Vlog wird heute safe rauskommen. Bei mir persönlich ist uns nicht sicher. Nicht sicher. Nicht so sicher. Und ja, ähm. Das war's mit dem Infovideo, oder? Das war's mit dem Infovideo, oder? Oh, da wird bei ihm auch noch ein Infovideo rauskommen. Und ja. Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich mach mir das heller. Ja, tschüss bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute. Bitte.